Ihr seid schon ein komisches Pärchen, Sie und der Hoff. Wir sind überhaupt kein Pärchen. Das Spiel ist, wenn der Zufall mitmischt. Welche Kartensäbel zufällig bekommen? Herr Billert, gibt es keinen Zufall. Man kann jeden Stoß vorher genau berechnen. Und wenn es daneben geht, hat man was falsch gemacht. Dann liegt es an einem selber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sind Sie sicher, dass sich das wiederholen wird? Der müsste ein Idiot sein, wenn er es nicht wieder versucht.